Hallo ihr Erdpern. Bevor wir mit diesem neuen Video anfangen, erst mal müssen wir mal tanzen. Ja, war schon mal perfekt. Ähm, also fragt euch nicht wegen dieser Mütze. Ich hab's halt hingetan, weil die wollte halt nicht ähm, ihren Namensschild zeigen. Und deswegen hab ich gesagt, okay. So, ähm, ja. Und ich bin auf jeden Fall schon mal Sheriff geworden. Und? Okay, ich glaub, das ist nicht mehr da. Oh mein Gott, das ist halt nicht mehr da. Und? Kann ich hin? Oh, nö, nö, nö. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hab ich gerade den Saut. Und? Bam! Ja, ich hab getroffen, Leute. Endlich. Geil. Ey, dankeschön. Einmal bitte einen Applaus, ey. Einmal bitte einen Applaus. Nee. Also das gar nicht. Also bitte mal noch mal einen Applaus. So will ich das auf jeden Fall schon mal hören. Und ich hielt ja natürlich halt zuerst mal... Oh, okay. Okay. Ähm. Ja, Leute. Die andere, die musste leider gehen. Verlassen. Ich hab ja noch ein Video gemacht. Aber ich konnte das leider nicht dazu machen. Deswegen war das bisschen chaotisch. Und... Ja, wir warten jetzt einfach mal auf die neue Runde. Ja, aber bist du eh... Ich frag halt immer nur Sachen so, die nicht Sinn machen. Doch, die machen eigentlich schon Sinn. Ja, ja, die machen echt Sinn. Okay, warten wir. Ich hoffe, ich werde... Weiß nicht. Mörder oder unschuldig. Ey, was für unschuldig? Mörder Sheriff. Ja, ich bin halt unschuldig. Ja, wow. Wäre jetzt... Ich... Ich... Ich hab hier ein guter Versteck. Wäre nicht so. Ich steck jetzt in der Ecke. Ich will hier niemanden sehen. Warte mal, ich mach mal eine Mutti. Das geht ja gar nicht. Das geht doch gar nicht. Warum hab ich immer Pech? Der Mann hätte mich gefunden. Mann. Das geht ja gar nicht. Okay. Das war nur ein Spaß, Leute. Aber Mann. Wann werde ich immer die Erste getötet? Naja. Fast immer die Erste. Naja. One and a half. So. Ähm. Ja. Wir warten jetzt auf die neue Runde. 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 Bei ihr ehrt. Oh. Ist schon zu Ende. Tschüss.